Hallo, mein Name ist Leon Korac, ich bin 14 Jahre alt, meine Position ist Rechtsverteidiger, ich spiele schon immer beim SV Böbling, mein Vorbild ist Messi, bei FIFA nehme ich die Mannschaft Barcelona, mein persönliches Ziel ist, mich weiterzuentwickeln und das Ziel mit der Mannschaft ist, die Liga zu halten.